Und jetzt bitte ganz genau zuhören, das ist der häufigste Fehler, den ich in meinen Streams sehe, damit könnt ihr gar nicht gewinnen. Hi, ich bin's Yuma. In diesem Video erkläre ich dir einmal ganz genau, wie du die Kämpfe gewinnst, bei denen du entweder zu schnell besiegt wirst oder zu wenig Schaden machst. Schritt für Schritt kannst du deinen Account gleich mit aufbessern, egal wie weit du schon in Genshin bist. Schau das Video bis zum Ende, danach wirst du nicht nur mehr Stärke, sondern auch mehr Spaß in diesem Spiel haben. Auch diesen Guide drehen wir wieder am Brunnen unserer Community, der Yuma-Fam. Tipp 1, Reaktionen. Bevor wir uns genauer anschauen, wie man ein Team erstellt, sind noch einige Grundlagen zu klären oder aufzufrischen. Es gibt verschiedene Reaktionen, in vielen Teams ist es eher ratsam, sich für eine zu entscheiden, statt sie wild durcheinander zu mischen. Ich verlose bald noch eine Anime-Figur im Stream. Wenn ihr nach diesem Video noch Fragen habt oder mal möchtet, dass ich über eure Charaktere drüber schaue, dann schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei, dort gehe ich momentan jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ab 16 Uhr live, mit Puls, mit zusammenzocken und ganz viel Hilfe bis tief in die Nacht. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du mir dort gerne kostenlos folgen, vielen lieben Dank. Solltet ihr nicht genügend Charaktere haben, wollt aber keine Reaktionen durcheinander bringen, sind Anime und Geo-Charaktere eure Freunde. Aber auch so kann man diese natürlich sehr gerne spielen. Diese lassen eure Reaktionen in Ruhe, wobei Animo diese sogar verstärkt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel Yanfai oder Dilug als Main-DPS habt, keine Sorge, zu den Begrifflichkeiten kommen wir gleich nochmal genauer, und dann noch als Supporter bzw. Sub-DPS-Sinshu und Mona wählt, als Heiler wiederum dann Bennett, könnt ihr nicht nur die Reaktion verdampfen kontinuierlich auslösen, für erhöhten Schaden, sondern euch ebenfalls besser aufladen, da die Elementarpartikel, die meist durch die Aktivierung der Elementarfähigkeit erzeugt werden, und beim automatischen Einsammeln des anschließenden aktiven Charakters die Spezialfähigkeit aufladen, die es noch effizienter tun, wenn das Element des Partikelerzeugers das gleiche ist wie das des Empfängers. Also zum Beispiel macht ihr mit Sinshu.de und wechselt dann direkt auf Mona und zack, sie hat die Ulti ready. Zusätzlich dazu schaltet ihr noch Resonanzen frei, wenn ihr im Team mindestens zweimal das gleiche Element habt. Machen wir mit Resonanzen mal direkt weiter bei Tipp Nummer 2. Diese verstärken euch, ihr könnt euch diese mal durchlesen und dann überlegen, woran es euch gerade mangelt. Beispielsweise an Angriff, dann ist Pyro-Resonanz eure Rettung, oder an Leben, dann greift nach der Hydro-Resonanz. Die Resonanz ist aber eher ein netter Bonuseffekt, also nichts, worum ihr euer Team zwingend bauen solltet. Zum Erkunden empfehle ich aber auf jeden Fall die Animo-Resonanz für mehr Ausdauer. Tipp 3. Wie baue ich ein Team? Ein Team besteht aus vier Charakteren. Ihr müsst jeden einzeln und vor allem passend bauen, da jeder etwas anderes benötigt. Um das Beste aus eurem Account rauszuholen, könnt ihr sehr gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Neben solchen allgemeineren Videos mache ich auch Guides zu jedem Charakter einzeln. Darin erkläre ich dann, wie man welchen Charakter genau spielt und baut. Die Playlist zu den Guides habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Danke für euer Abo. Also, ihr solltet festlegen, welcher Charakter euer Main DPS ist, also euer Hauptschadensverursacher. Hier eine kleine Eselsbrücke dazu, wenn ihr euch noch komplett unsicher seid, was das ist. Wenn euer Charakter auch nach der E und Q noch guten Schaden mit normalen Angriffen macht, da diese meist durch seine Fähigkeiten verstärkt werden, ist es ein Main DPS. Dazu zählen Standardangriffe wie bei Yuumiya, heftige Schläge wie bei Tinari, Schläge aus dem Fall wie bei Zhao, aber auch schnelle Schläge durch die E wie bei Ayato. Er bleibt also länger auf dem Feld, um Schaden zu verursachen und deswegen ist er ein Main DPS. Bedenkt bitte, dass das nur ganz vereinfacht gesagt wurde, es trifft also nicht auf jeden zu, es gibt immer Ausnahmen. Wenn ihr euren Main DPS habt, in diesem Fall jetzt Ayaka, solltet ihr euch nach passenden Supportern bzw. Sub DPSen umsehen, also Charaktere, die für unterstützenden Schaden sorgen. Sincho oder Keir zum Beispiel sind normalerweise eher dafür gedacht, die E und die Q zu aktivieren und danach sofort ausgewechselt zu werden, da sie anschließend kaum noch Schaden machen und ihre Fähigkeiten trotz Auswechselns auf dem Feld bleiben. Beispielsweise passen zu Krio Charakteren oftmals Hydro Chars zum Einfrieren oder Pyro Chars für erhöhten Reaktionsschaden, also beispielsweise Ganyu mit Zhang Ling oder Ayaka mit Mona. Dann entweder noch einen weiteren Supporter bzw. Sub DPS, vorzugsweise von einem bereits vorhandenen Element, einfach aus dem Grund, dass ihr die Reaktion Einfrieren in diesem Fall jetzt beispielsweise mit Zhang Ling komplett zerstören würdet, oder einem Animo Supporter wie zum Beispiel Sucrose, aber auch Kasua oder Venti, die euren Reaktionsschaden im erstgenannten Team verstärken oder die Gegner zum Masseneinfrieren im zweiten Team mit ihren Fähigkeiten zusammenziehen. Wenn ihr das habt, fehlt euch nur noch ein Heiler und oder Schilderzeuger, wie beispielsweise Barbara oder Noelle. Am wichtigsten ist es, dass ihr eure Heilung oder euer Schild immer möglichst schnell aufgeladen bekommt, sollte dies eure Spezialfähigkeit sein. Da hilft es euch, euren Aufladeratewert zu erhöhen mittels Artefakten und Waffen und am besten passt euer defensiver Char auch super ins Team. Bei Ganyu mit Zhang Ling und Sucrose wäre es zum Beispiel Bennett, da er heilt, den Angriff erhöht, Pyro Resonanz von Zhang Ling aktiviert und die Q von Zhang Ling, die echt viel an Aufladung bedarf, besser Vollkrieg. Bei Ayaka mit Mona wäre zum Beispiel Diona top, da sie schildet, heilt, die Kryo Resonanz mit Ayaka erzeugt, zu einem permanenten Einfrieren beisteuern kann und Ayakas Spezialfähigkeit super auflädt. Und legt euch relativ zeitnah erstmal auf ein Team fest, also auf vier Charaktere, die sich gut zusammen spielen lassen und bringt diese erstmal voran. Es bringt nichts, vor allem am Anfang viele halbgebaute Charaktere zu haben und damit nicht durchs Spiel zu kommen. Später, vor allem ab Ebene 5 im gewundenen Abgrund, aber auch so könnt und solltet ihr sogar mehr Charaktere bauen. Tipp Nummer 4, Waffen. Diese könnt ihr nicht nur mit Gebeten ziehen, sondern auch durch das daraus erhaltene Sternenglanz kaufen. Aber nur diese Schwarzsteinwaffen im anderen Monat sind nicht so gute Waffen. Die wechseln sich monatlich ab. Dann könnt ihr sie und ihre Verfeinerungsgrade schmieden lassen. Für einige Charaktere habt ihr hier sogar perfekte Optionen. Und manche Events gönnen Waffen, die eher als Notlösung gedacht sind, andere hingegen richtige Schätze. Ansonsten gibt es auch tolle 3-Sterne-Waffen. An die kommt jeder nach ein paar Puls. Bei Schwertern zum Beispiel das Schwert der Dämmerung und bei Katalysatoren Drachenbezwinger. Verstärkt sie aber unbedingt mit gezogenen Kopien, damit diese auf jeden Fall noch stärker werden. Normalerweise achtet ihr bei der Waffe vor allem auf den Subset, also hier wäre das zum Beispiel LP. Und ob ihr diesen benötigt, bei der Waffe hingegen ist der Effekt eher das starke. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 5, Artefakte. Diese solltet ihr erst ab Abenteuerrang 45 farmen, weil ihr erst dann verlässlich 5-Sterne-Artefakte farmen könnt. Dennoch könnt ihr, nicht nur ab dann, sondern auch schon davor, darauf achten, was ihr euren Charakteren da gebt. Jeder benötigt etwas anderes. Bei den allermeisten Main- und Sub-DPSen sind es zum Beispiel die Werte kritischer Treffer, kritischer Schaden und prozentual Angriff. Die meisten defensiven Charts spielen hingegen mehr auf Aufladerate und dann Verteidigung oder LP. Lest euch im Zweifelsfall einfach genau nochmal die Talente durch. Da steht meistens genau drin, was für Werte sie brauchen. Wichtig zu wissen ist, dass Stats for Sets gilt. Also die einzelnen Werte eurer Artefakte sind wichtiger, als die Effekte, die ihr freischaltet, wenn ihr zwei oder vier verschiedene Artefakte vom gleichen Set spielt. Im besten Fall erreicht ihr aber beides. Das, woran es den meisten Spielern mangelt, die noch nicht so lange Genshin spielen, ist A. Der Aufladeratewert. Wenn man seine Spezialfähigkeit kaum aufgeladen kriegt, wird nicht nur euer Spielspaß, sondern auch euer Fortschritt zurückgehalten. Ich konzentriere mich bei meinem Jau mehr auf Schaden und diesen geringen Aufladeratewert gleicht dann beispielsweise eines zu Crows aus, die so viele Animo-Elementarpartikel aufs Feld bringt, dass seine Spezialfähigkeit trotzdem die ganze Zeit aufgeladen wird. Und B. Ein zu geringer kritischer Trefferwert. Dieser sollte bei den meisten Schadensverursachern ungefähr bei 65% liegen. Habt ihr das nicht, ist das nicht weiter schlimm, aber ihr könnt ja darauf hinarbeiten. Tipp Nummer 6. Essen. Viele vergessen Nahrung zu sich zu nehmen, obwohl ihr damit einen Kampf selbstbewusster beginnen könnt. Die Rezepte dafür könnt ihr entweder bei Anbietern, wie z.B. Sarah in Mondstadt kaufen, aber auch durch Weltenaufträge und sogar Sphären bekommen. Und auch wenn ihr das hier eher am Alchemie-Tisch macht, ist es dennoch Öl und deswegen passend. Und zwar könnt ihr euch diese Öle herstellen. Diese verstärken dann euren Elementarschaden. Ihr könntet vor dem Kampf also durch Essen z.B. euren Schaden, eure Verteidigung und eure Ausdauer erhöhen. An diesen kleinen Symbolen oben links erkennt ihr immer, was das genau tut. Und am besten holt ihr euch den praktischen Nahrungsbeutel. Dann könnt ihr ganz einfach während des Kampfes euch heilen, indem ihr eine Tasse drückt und müsst nicht ständig in euer Inventar wechseln. Vor allem im Koop, wo ihr nicht pausieren könnt, ist das auf jeden Fall sehr nützlich. Dafür benötigt ihr die fünfte Ansehensstufe in Mondstadt. Darf ihr einfach wöchentlich die Aufträge bei Härte abschließen. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 7. Fehler erkennen und vermeiden. Wenn ihr nicht gut vorankommt, fragt euch, woran hat's gelegen? Am Ende dieses Guides blende ich euch nochmal weitere hilfreiche Videos ein und verlinke sie auch in der Videobeschreibung, die ihr hier nachschauen solltet, da sie euch auch nochmal extrem weiterhelfen. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Und jetzt bitte ganz genau zuhören. Das ist der häufigste Fehler, den ich in meinen Streams sehe. Damit könnt ihr gar nicht gewinnen. Erkennt ihr den Unterschied zwischen dem ersten Team, also diesem hier, und dem zweiten Team, also diesem hier? Richtig, das erste ist voller Main-DPS. Ihr könnt nicht mit allen gleichzeitig kämpfen und gegenseitig unterstützen, tun sie sich auch nicht. Das zweite Team hingegen gleicht sich perfekt aus und harmoniert miteinander. So sehr, dass die Free-to-Play auch so viel Schaden auf meinem Account raushauen kann. Und daran schaffen wir es gemeinsam bei euch auch. Ich finde es aber gut, dass ihr fragt, jeder braucht mal Hilfe in etwas. Dafür sind wir als Community, als JumaFam auf jeden Fall da. Wenn ihr also individuelle Tipps für euren Account haben wollt, also wie ihr bei euch das Beste rausholen könnt, denn das hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel welche Artefakte ihr gerade da habt, oder ob ihr das Schlüsselsternbild eines Charakters schon freigeschaltet habt, dann kommt wie gesagt sehr gerne auf Twitch vorbei. Da kann ich euch sagen, wie ihr was machen müsst, um mit euren momentanen Möglichkeiten das absolute Maximum von eurem Account rauszuholen. Erster Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Danke für die Follows auf Twitch und die Abos plus Kanalmitgliedschaften auf YouTube. Euer Juma.